... Nash... Ristings... Czinski lässt durch für De Rosario... Stolteri... Zwei Schuss zum Tor! 38. Minute... Paul Stolteri... 2 zu 0 für Canada... Diesmal nicht so schön herauskombiniert wie das erste Tor... aber trotzdem platziert geschossen... Ein weiterer Grund, sich zu freuen... für die Kanadier hier in Espos... Stolteri... ...